Egal! Oh, jetzt machst du? Moment, wie machte man das nochmal? Aber es ist immer noch schief! Es ist so wunderschön, hier wieder zurück zu sein. Das Bild ist egal. Ja, das ist doch voll angenehm. Wir sind sicher. Das ist alles, was ich brauche. Was machst du denn in mir? Ja, okay. Was machst du, Sean? Nichts, nur... Wir schauen uns auf die Haus. Es ist ziemlich cool hier. Es ist nicht wie Hause. Aber... Großartig und Großartig sind. Ja, sie sind. Wir sind glücklich, dass sie uns in die Haus genommen haben. Wie lange wir mit ihnen bleiben? Ich weiß nicht. Wir sind sicher, dass es für uns sicher ist. Und für sie, glaube ich. Ja. So eine schöne Geschichte. Ich werde das gerade gar nicht enden lassen, weil... Es ist... Ihr wisst, was ich vielleicht meine, oder? Also bei dem Spiel... Da braucht man das einfach manchmal zwischendurch. Okay. Es ist genug für heute. Komm schon. Wir waren lange genug. Wir waren lange genug. Habt ihr noch einen wirklichen Fisch in da gesehen? Nun. Daniel! Du bist bereit? Wir können jetzt raus gehen. Ja! Warte mal! Das... An die Jacke! Oh mein Gott! An die Jacke! Es ändert mich! Oh, ich hab das Spiel gespielt! Hier! Da! Da hinten! Da! Da ist das! Alter, wie laut mein Ohr! Oh, ja! Okay, dann gehen wir mal den Schuppen! Let's see what we have! Auf einmal kommt alles entgegen! Zack! Oh! Loil! Alles aus der anderen Perspektive! Oh! 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 Oh Gott, ich bin so entschuldigt, bist du okay? Dad, ich bin gut, ich versuche. Bist du sicher? Hör, ich muss nicht... Sie wissen, sie? Es ist okay, Dad. Sie sind cool. Er liebt superheros, sogar Power Bear. Ah, gut. Hey, da. Du bist mit den Reynolds? Oh, uh, yeah, they're our grandparents. I see. Oh, jeez, Chris, you don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Let's get you inside. I, uh, yeah, okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, uh, if Claire asks, tell her everything is fine. Sure. Uh, no problem. Cool. See you around, then. Hm. Thanks, guys. See you later? Yes, we will. Daniel, did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Did you want me to fall? Really? Nein. Nein. Ah, das kann nicht wahr sein. An die Regeln erinnern. Hm, nachgeben. Hm. Hm. Also, ich denke, bei sowas kann ich... Also, klar, er sollte schon vorsichtig damit sein. Und... Ich denke, jetzt, bei ihm war das noch okay, bei dem anderen Jungen, weil er ja dachte, dass er die Superkräfte von sich selbst hat. Und das ist das Gute. Und deswegen ist das, denke ich, die richtigste, die beste Wahl nachzugeben. Nein, du... Nein, du... Du hast das richtig gemacht. Aber hör, wir können nicht jemanden wissen, wir müssen uns hier ein Low-Profile halten halten. Er ist, wie, meine age. Ich glaube, du hätte das gleiche gemacht haben. Nicht schrubig. Ich bin nicht schrubig, Mann. Es ist... Es ist vorbei. Daniel... Erinnere mich, dass wir rauskriegen sind. Also, keine Training und keine Verwaltung von deinem Kraft. Von jetzt an, du stehst mit mir... ...all die Zeit. Okay? Hahaha. Ach ja. Das war das Rudel. Ist schon... Ist schon echt heavy. Muss man wirklich sagen. Der nächste Morgen. Viva Creek, Oregon. Jetzt wieder meine Hose an! Nein, Spaß. Guten Morgen, Sean. Oh, fuck. That kitten never listens. Tch. Hose. Hose. Erste Sache am Morgen. Also, sieht man jetzt auch quasi, was die da drüben machen? Okay. Zeit, Daniel zu den Errikans. Oha, das haben wir bei... Oh Gott. Alter, mein Hals war trocken. Sorry. Äh, das ist, ähm... Was jetzt danach kommt, das hatte ich zum Beispiel noch nicht gesehen bei, ähm, Captain Spirit. Das wäre wirklich interessant. Weil ab da war ja eigentlich das Ende. So. Claire? Steven? Ab. Anybody home? Ich hasse das, wenn da niemand... Also, wenn man keine Antwort kriegt, und... Man. Looks like I'm home alone. Sturmfrei! Woo! Party! Ne, Spaß, sorry. Ähm. Baum. Oh. War der schon mal letztes Mal hier? We had a good time, decorating the trail. Oh, right. Sunday morning. Claren Steven muss be a church. Ah, oh. Well, I guess they won't be back for... In at least two hours. Das ist nett. Wir haben euch ausschlafen lassen, während ihr... Während wir in der Kirche sind. Wir sind zum Mittagessen zurück. Bis bald in Liebe. Oma und Opa, PS, der Weihnachtsbaum ist perfekt gut gemacht, Jungs, PPS. Danke. PPS, vielen Dank für das Aufräumen. Das ist sehr lieb. Gerne. Maybe I could... Use Steven's Laptop. Wieso? It's been ages since I had news from the real world. Ich weiß, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich ehrlich bin. Oh, okay. Steven wants to search crazy on us. Oh, my God. Erst Artikel. Explosions und Schießereien in Seattle. Ein ungelöstes Geheimnis. 10.11.2016. Zartikel. Wachtmeister Tan... Tennecker hält Pressekonferenz. Im Seattle-Vorfall ab. Verzeihung geht weiterhin jede Spur in inklusiv Terranangriff und Gang. Aus einer Satzung für der 11.11.2016. Dritte Artikel, mehr Fragen als Antworten im Seattle-Vorfall, als Freunde. Und Nachbarn den Verlust des öffnen, äh, den erdlichen Mechanikers betrauen. Oh, Gott. Oh, Gott. Na, dann gehen wir mal. Okay. Let's get this back back home now. Alter. So geil, sich frei bewegen zu gehen. Ist ja gut. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Die Musik. Ihr kennt die Musik vielleicht nicht. Also für Leute, die Captain Smith nicht gespielt haben. Oh, mein Gott. Ich, es gab einen Grund, warum ich Captain Smith den Zeitpunkt nicht aufgenommen hatte. Also, ich hatte ihn aufgenommen. Vier Folgen war das. Und ich wollte es hochladen, aber es war in der frühesten Zeit, das kann ich mal ganz kurz erklären, während das in die Musik läuft im Hintergrund, das kann ich mal ganz kurz erklären. Ich wusste nicht, ich war neu und so wegen der Musik, auch schon wegen der Musik, ähm, wie das ist wegen den rechtlichen und sowas, versteht ihr? Für neue, für Neulinge ist das meistens Neuland, wie man sagen würde. Aber, ich musste ganz ehrlich, weinen, an einem Zeitpunkt, als, ähm, der kleine Junge hier hingegangen ist, der hatte ich nämlich hier, ein Labyrinth war das hier, ja, und da ist man hier durchgekommen, und dann war da was versteckt, und zwar eine kleine Kiste, an, von der Mutter, die verstorben ist, und da waren Bilder und alles mit drin, und es war sowas von emotional, ich musste wirklich leicht weinen, also, es war wirklich schwer für mich, weil... Steven und Claire werden einen Freak, wenn sie wissen, dass sie zu den Ericssonen gehen wollen. Ja, klopfen wir mal. Einfach. Daniel, was ist hier passiert? Sean! Warte! Nicht schreit! Ich kann es nicht erklären! Lass mich sagen. Sean, ich weiß, es klingt verrückt, aber ich habe eine Superpower. Du sahst mich gestern. Ich weiß, dass du es hast. Ich fliege, ich kann Dinge移ren, Objekte, mit meinem Kopf. Oh, ein Superpower. Really? Ja. Well, das ist ziemlich cool, Chris. Also, du bist ein Superhero? Ich bin Captain Spirit. Captain Spirit. Ich kann mich auf jeden Fall an meine Willen. Aber das ist meine Identität segret, also, du kannst nicht sagen, jemanden. Oh, ich kann mich auf einen segret, Captain Spirit. Jetzt bist du ein Mitglied der Spirit Squad. Wenn du uns betrachtest, dann werde ich dich entdeckert. Nein, nur schuldig. Oh, ja, wir brauchen ein... Team Signal. Total. Ich werde... Superwolf sein. Was ist dein Supername, Sean? Oh, Gott, nein. Silberrunner. Kann ich denn Schurge sein? Oh, was soll dir das? Nein, ich wollte B drücken. Ich wollte B drücken. Sag mir, das ist schlecht, damit ich das ändern kann. Cool, oder? Nein. Echt jetzt? Das ist wahr, du bist ein großartiger Trainer. Oh. Okay, Leute, ich glaube, dass wir bereit sind. Uh, Entschuldigung. Wer bist du? Ich bin Sean. Oh, ja. Sorry, Mann. Du bist hier für Daniel. Hey, lass uns das offiziell. Ich bin Charles Erickson. Schön, dass du dich kennst. Ich hoffe, dass Daniel und Chris ein gefährlich ist. Wir besser warten, oder sie werden über die Welt verletzt. Ja. Nein, nein, nein. Well, sie werden sich überrascht, wenn wir die Hausen verlassen. Und erinnern, dass du immer besser bist, Daniel. Sean, komm, komm. Warum hast du immer einen Party Pooper zu sein? Das ist die erste Mal, dass ich da für Tage bin. Wir werden nicht lange verletzt. Der Markt ist nur ein paar Kilometer entfernt. Insofern, sie werden bei der Service für zumindest eine Stunde. Ja, Sean, ich kann Daniel zeigen. Du kannst mit uns kommen. Bitte, sag ja. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Okay. Du gewinnt. Nicht ein fairer Kampf. Also, gehen wir. Ja! Ja, ja! See? Dangerous. Okay team, uh... Give me a time out to clean up the back seat. I'll honk when I'm done. Oh, uh... Can I use the bathroom? Of course. Oh, you'll see my comic books. I'm glad you're coming too. Hey, you want to see my toys? Oh, score! The new hot dog man? Since you're a new member of the team, you have to know everybody. These are Captain Spirit's friends. And his enemies. Dude, that's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Ich weiß das noch. Ich weiß das noch. Insektoid ist auf jeden Fall böse. Ja, Held. So, er ist Schurke. So, Dino. Dino. Okay, okay, okay. Den wusste ich jetzt nicht. Gut, der ist auf jeden Fall ein Schurke. Interesting. Der würde ich sagen auch. Ja. Äh, genau, der ist ja gut. Pirat, Krieger. Held. Okay. Look closely. Uh. Gäste. Ja. The bad guys, the good guys. Not that easy, right? Okay. How did I do? Not bad. You're almost right. It was a bit tricky. Okay. Let me introduce them to you. Okay. How did I do? The music? This is Team Spirit. The good guys. There's the Forest Warrior. Power Bear. More T-Rex. And Sky Pirate. So, who are the bad guys? That's not Tarius. And the Shark Stinger. There's also Snowmancer. But he's out in the garden. But they're all working for Mantroid. The real super villain. So, where is he? Hiding out on his evil planet. Waiting for me. But Captain Spirit and Super Wolf. Will make sure he doesn't hurt anyone. Yeah. Strength in numbers. Sounds like Mantroid is in trouble. Just wait until he sees what Captain Spirit can do now. Yeah. About that. Um. Does your dad know about any of this? Did he see something yesterday? No. He didn't see anything. And the power didn't work yesterday. After I fell. I must have been too tired. Okay. Good. Um. I mean. He could be pretty disturbed if he knew. I'm definitely not telling dad. I don't wanna freak him out. He's worried about other stuff anyway. Chris. It's... None of my business. But... Are you and your dad okay? Uh. What do you mean? I don't know. Um. Claire seems to be worried about you guys. Yesterday, Steven and her talked about your dad. I think they had a talk with him. Claire's always worried. We're cool. Totally. He's... He's... Just... He... Has a hard time being on his own. Mmm. That's all. Chris. I know life can get pretty tough. Trust me. But... You'll be okay. You're an awesome kid. Thanks, Sean. But I don't feel scared anymore. I have the power. And I have Daniel. There's the signal. Come on, Daniel. Hey. Pro tip. Don't go in there. Yeah. Okay, squad. Let's roll. Let's roll. Oh, yeah. I love this music. It's sad that you always sing. I don't want you to catch another cold. No. I'm good. Thanks. And don't be waving your arms around, when I'm driving. Okay? Yeah. Um. Remember, Daniel. Don't mess around. Alright. Please. Thanks for clearing the snow from the place. The porch. You're... You're awesome. You're welcome. Dad. You're welcome. You're welcome. I'm sorry. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Aber you're welcome. We're fairly Wineuminates. No, I was gonna miss. Wow, wow, da sind wir. Ich kann es nicht glauben. Wie viele Mal haben wir, um die Regeln zu gehen? Nicht die Macht zeigen. Ich weiß es. Aber Chris denkt, er kann all diese coolen Dinge tun. Ich wünsche, er könnte. Er erinnert mich an Noah. Ich liebe Freunde, Sean. Ich verstehe, ich verstehe, aber wir müssen hier sehr vorsichtig sein. Du kannst nicht die Leute sehen. Du wissen die Regeln. Ja, ich weiß die Regeln. Aber ich bin vorsichtig. Ich mache nur Dinge, wenn es mir und Chris ist. Niemand sieht uns. Ja, niemand, aber ich. Was ist das, wenn es Chris' Vater war? Oder Frau? Oder ein Fisch? Oder... Okay, okay. Ich verstehe. Aber ich bin vorsichtig. Das ist nicht genug. Du musst dich extra, extra vorsichtig sein. Okay, ich versuche, ich werde. Deal. Ich bin auf dich an Eno. Kann ich jetzt sehen Chris? Ja, wir gehen. Aber nicht vergessen, was ich gesagt habe. Oh, ein paar Tannenbäume kaufen. Wow, so viele Töne. Hallo? Oh. Oh! 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 Das sind die große Tannenbäume. Oh! 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 Alles klar, Mann. Ich freue mich, dass meine Pien-Tree zu leben ist. Willst du kommen, Sean? Schau dir nicht. Die große Kondin-Maschine. Schau dir nicht. Ich werde hier sein. Oh, jeez. Der Snowman war nicht so schrecklich. Oh. Nein? Beide? Okay, doch nicht. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Es ist nicht viel, aber sie braucht es wahrscheinlich mehr als ich gerade. Oh, Mann! Spiel doch weiter! Spielts gut! Wow. Wow. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh! Euch geht ung. Oh, Mann! Oh! Oh, Mann! Wow, you made it all the way through. Weird. You got a crush on me or something? What? No, I mean, it was pretty cool. I just... Relax, dude. It's cool that you listened. People are usually too busy to care. You have a great voice. You should be on one of those singing shows. That's kind of nice. It's not really my thing, though. I hate TV. Show business shit. Well, thanks for the music. And good luck. See ya. What's up? See ya. Hey. Miss me already? Check. I'm just messing with you. It's nice to chat for a change. Me and my friends have been crashing here for the wait. Nobody gives a shit about us. Yeah, I can tell you're not coming around here. Oh, man. Even even. Good job. No. No way. Just... Here for the holidays. Ah. You got family. My grandparents. Gotta love the grandparents. What about you and your friends? Road trip? Uh. Not really. We kind of hop from place to place. Hunting for... Little jobs. Must be a long ride. That's okay. We hop on trains. It's just time to rest. Man. That sounds wicked. You have no idea. It's free and so fucking fun. Well, unless you get caught or fall, but we've been lucky so far. That's the best. Nobody tells us what to do. No corporation owns us. And you get to see so many cool places. Exactly. Next stop is Humboldt County, California. Ha. Stoner break. Not even close. We actually got work over there. Sean, what are you doing? We've hit the tree with Chris. It's all crooked like an old witch. Oh. Hi. Who are you? Ooh. Your hair looks so cool. Is it a wig? Uh, well. What do you think? Hmm. I don't know. But it's really cool. I'm Daniel. What's your name? Hi, Daniel. I'm Cassidy. I dig your superhero outfit. I'm on a secret mission with my friend. It's very dangerous. I can tell. I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh, uh, Sean. I... I thought I told you. No, you did. Sorry. You went through some shit with the guys. How much you make? You ready? Hello, pups. Ooh. Is that your doggie? So cool. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. So we adopted him. And he stinks. Yeah, you stink and you like it, huh? No, he's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You should keep your distance, dude. You never do too much. It's very cool. She looks really cool. I think. See? He knows I'm clean. You're the nasty one. Yeah. You always go for those suburban boys. Are you kidding? You want to talk about your scoreboard hotshot? Hey. No worries. Come on. Let's bail. It was nice meeting you, Sean. Daniel. Stay out of trouble, kids. Hope we see you on the rails someday. Yeah. See you around. Her doggy was so cute. I miss Mushroom. I miss her too. Hey, excuse me. Dogs have to be on a leash around here. Too many strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine. So... You're gonna fine our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal too. And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Look at him. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay? Jeez. Someone needs to get laid. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God. He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Merry Christmas! Fucking Parasite. Why did they fight? I don't know why he yelled like that. You should kick his ass, Sean. Das ist jetzt nicht... Was? Nein. Nein, 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 nein. Gut sein lassen. Tut mir leid, aber... You better not get involved, man. This guy... Doesn't look nice. You're right. Eben. Genau deswegen. Einfach fernhalten. They're pretty.